Man kann weiß, was er durch den Scheitern bekommen oder durch die Nefz. Es gibt Personen, die haben beispielsweise durch Scheitern diese Zweifel in der Religion, die sie gar nicht haben wollen. Genau, das kann auch durch die Nefz geschehen, nicht nur durch Scheitern. Kann auch passieren, ja. Es kann von dir selber passieren oder vom Scheitern. Aber trotzdem ist es Einflüsterung. Nein, diese Einflüsterung, die sind wo? Im Kopf. Solange sie nicht im Kopf fest sitzen als Ideologie, als Gedanke. Und solange diese Westfassung nicht im Herz sitzt als Glaube, ist das kein Problem, Inshallah. Okay.